Eine verwaiste Seite ist eine Seite, die keine eingehenden Links besitzt und im Root-Verzeichnis der Webseite abgelegt wurde. Es sei denn, Sie wissen, dass diese Seite existiert, ist es unwahrscheinlich, dass Sie während einer normalen Navigation auf diese treffen. Um alle verwaisten Seiten in einem Bereich anzeigen zu lassen, gehen Sie in dem Bereich unten links in der Randleiste auf Bereich konfigurieren und dann auf Inhalte. Wählen Sie hier Verwaiste Seiten aus. Sie können nun die Seiten ansehen und diese zum Beispiel mit Klick auf den Papierkorb löschen. Oder Sie klicken auf das Bearbeitungssymbol, um sie zu bearbeiten. Die Seite kann auch, wie in unseren Videos Seiten verschieben und neu ordnen schon gezeigt, einer übergeordneten Seite zugeordnet werden, damit sie keine verwaiste Seite mehr ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017